Und ein herzliches Willkommen zurück bei einem weiten Teil von Mario Kart 8 Deluxe auf der Nintendo Switch. Wir haben hier ein Voice Chat. So, nein, ich habe nur einmal herzlich willkommen YouTube gesagt. Deswegen habe ich gerade mal kurz ausgemacht. Härten wir uns etwa? Jetzt, ja. Totenstille. Okay, du. Was du ausgewählt hast. Fängt doch schon mal gut an, ja. Die Dornadebene von Pernloa. Die Dittingsmatch. Genau. Worauf er ja auch den Weltrekord hält. Oder gehalten hat. Gehalten hatte. Entschuldigung. Aber du hast doch gesagt, ohne, weil die haben irgendwie einen bestimmten Glitch benutzt. Also ohne Glitch bist du immer noch der Weltrekordhalter, richtig? Nee, die haben mich schon mittlerweile von hundertstel Sekunden übern erholt. Das ist so. Belasten natürlich. Belasten für dein Ego. Ich versuche die Abkürzung erst gar nicht, weil ich weiß, ich kriege die eh nicht hin. Na, dann nehmen sie die natürlich alle, weil sie die natürlich alle können. Scheißangehör. Ja, wirklich nicht. Aber ich... Oh Gott, ich kriege mich mit Kuro. Gott, und wer von los mit der Erstaf? Wie immer in dem Rennen? Nein, Kino, nein. Zumindest in dieser Welt. Solange ich Zweiter bleibe, ist alles gut. Ich bin Vierter. Geordi ist von mir. Ich versuche auch gar nicht, erst Löher abzuschießen. Das ist einmal eh kein Sinn. Oh Gott. Da versuche ich lieber, Stabiler Zweiter zu bleiben. Pass auf, Jolt, der hat einen roten. Ich habe einen grünen. Och. Ach Gott. Drei grüne. Oh, sie hat mich getroffen. Oder er? Sie. Sie. Jolt ist eine Sie. Ist Sheenem oder... Wie? Sheenem. Ist auch eine. Ja, auch eine Sie. Eine Sie. Weil... Ich werde sie nicht wie ein Junge ein bisschen angehört. Was? Fand ich jetzt überhaupt nicht. Ja, aber jetzt auch nicht. Oh, gar nicht. Komm, Kino, ich will dich ein. Ich will dich ein. Please, please. Nein. Ach, nein. Das wird so knapp. Mensch, Blö, das war jetzt aber kein... Das war jetzt aber keine Weltrekordszeit, ne? Ne, war es nicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hatte... Ich hatte einen Fehlstart gehabt. Hat man auch gesehen. Ich habe mich auch gefragt. Darf ich jetzt mehr... Lass uns doch mal die schöne Regenbogenbulle war von N65 nehmen. Alle Regenbulle war es dann schlimm. Aber die schlimmste ist von der Wii. Ja, die hasse ich. Die einzige, ich mag es nicht von der N65. Und die Vario's Abfahrt, die Durk-Polze genommen. Die Vario's Abfahrt ist einfach... Shock Giselle. Die ist einfach... Ich kann mich noch an den Tag erinnern, wo wir dreck ineinander gespielt haben. Und... Ja, wo ich dann Dritter wurde, aber wir ganz knapp beieinander kommen. Ja, das können sollen. Schön, Blö, dass ich jetzt keine Weltrekords mehr habe. Ich krieg das hin. Ich sehe euch bei da vorne. Erster Herr von Nür, zweiter Kebu. Nee, nee, nee. Das habt ihr jetzt schon durchgewechselt, du. Ich bin hier... Scheiße. Ciao. Au! Die Troll, die hat mich getroffen. Achso, ich habe... Achso. Kebu, darf ich mich überholen? Nee. Die Warnung ist ja auch die Abkürzung. Natürlich. Jetzt ist mir weg. Hört man das Spiel bei dem Hintergrund? Nö. Also ich höre zumindest nur mein Spiel. Und euch. Okay. So, ich bin jetzt mal gefühlt Erster. Oder nicht gefühlt. Oh, du wärst. Och, er ist ganz nah. Da fragt man sich, wo der Löher ist, wenn man mal Erster ist. Noch, ganz hinten, ja. Noch. Aber nur noch. Oh Gott, was war das denn jetzt, Alter? Oh, danke. Ja, das war's ja komplett. Das war's, was er komplett er hat. Lut, ich war nicht mal wieder die Führung. Och, und ich fag immer gegen Bomben. Immer. Diese dummen Bäume. Oh. Ja, ich bin zuerst bei Erster. Außer wenn Herr Verlor in den Rundenkampf hat. Dann ist so unfair. Au. Oh. Da hab ich aus dem Roten. Wie lange ich dich Letzter bin, ist alles super. Das ist mal mein Ziel. Niemals letzter sein. Ey. Wo ist Rafa und Grün, da bin ich? Eine Bluschelt. Ach, wie schön. Das ist sehr befriedigend. Ach nein. Kurz vorm Ziel. Ich habe vor dem Ziel. Ich hasse das. Vorm Ziel ist sowas am besten. Ja, dann noch eine Ruhe. Wunder, Mende. Komm, 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 komm. Fass, fass, fass. Alter. Ich bin jetzt aus Brüche. Entschuldigung, Genu. Das fand ich jetzt ein bisschen gemein, aber ich gebe dazu jetzt mal keinen weiteren Kommentar ab. Was passiert? Nee, das benötigt wie keine weitere Entklebungen, das reicht, denn das ist einfach unausgesprochen leid, was gerade eben passiert ist. War ja nicht böse gemeint. Ja, wird jetzt auch gehofft. Fashy's Tal. Da war ich am Anfang extrem verwirrt, weil ich nicht weiß, welche Route ich fahren soll und manchmal war da immer so eine Route, stand so Zweiter, dann fahre ich um diese Kurve, auf einmal Achter. Ja, das ist immer krass. Es gibt hier so eine Route, da kann man optimal so reintriften, dann ist man eigentlich ziemlich schnell unterwegs, habe ich immer das Gefühl, aber ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, ob die mal Route, weil diese Maps sieht einfach aus wie, weiß ich nicht. Schießt. Jeder nimmt jetzt bestimmt einen anderen Weg. Ja, ich bin alleine in den anderen Weg. Ja, mach ich mal Gedanken darüber. Woher kann ich jetzt auch... Sagst du? Oh, die Jolti ist hinter mir, sehr schön. Ja, ich bin auch knapp hinter dir. Oh ja, Bälle! Drei grüne Patzer. Und... Nichts passiert. Grüne Patzer sind schon nervig. Zumindest können sie nervig sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was soll das? Nein! Keno hat mich über ihn geholt. Sie. Oh, doch nicht. Wo ist er verloren? Ich würde mal sagen, vorne. Kugel Willi, ich bin... Die machen wir auf dem Weg, ne? Ja, Piranha. Piranha. Die Jolti hat einen roten. Bruder, muss ganz dringend los. Ja, pass auf, die Jolti hat einen roten. Lass das mal lieber hervor. Hatte einen roten. Ich wollte jetzt mal beide hier, wenn ich schlafe. Am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt, mein Freund. Am Ende der Jagd. Wir sind ja in der zweiten, dritten Runde. Ach, da wollen wir sehen. Die Jolti ist hinter mir. Das ist ganz weit hinten. Das ist Jolti. Ach, ne, das ist geil. Aua. Okay, Eggman. Du wolltest doch sehen, wer am besten fährt. Deswegen ohne Computer, ne? Ja, also ich kann, aber so. Ich kann... Der Einzige, der mich nervt, ist der Kelo. Und Jolti. Weil ich jetzt vor dir bin. Guck mal, ich bin sogar Zweiter. Mensch, bin das. Also ab. Ja. Oh, ganz knapp, aber wenn dann. Ja, ganz knapp, aber... ...it reicht. Ja, reicht. Ich heiße jetzt nicht... Naja, Dr. Eggman, ich weiß nicht. Ja, Scare, stimmt. Von König der Lö... Nee, Ska. Ach, Ska. Ah, okay, ja. Ska, der von König der Löwen mit... Ja. Laufs im Karm. Kommen nie wieder zurück. Ich mag lieber mehr Bösewichter. Aus der Filmreihe mehr als... Tati Strasse. Tati Strasse auch eine wunderschöne, ne? Aber... D.K. Jungle hat ne... Fantastisch... Ja, jetzt. Oh, der Fiendagune. Diese Strecke kann ich mir auch erinnern mit... Die kommt selten dran. Ich find die aber auch langweilig, deswegen will ich die man nicht. Ich find die irgendwie so... So, ich hab jetzt nur ein Charakter, wenn ich darf. Hä, was? Warum nicht? Ja, getroffen. Ich warte. Ich hab Zeit. Drei ganz Runden, ja. Du kannst mich ruhig überholen, Herr von Nure und Keno auch. Ich hab Zeit. Nur, nur keine Eile. Wir haben noch drei Runden vor... Zweieinhalb vor uns. Die rote schimmelt nicht. Die hat... Die hat keiner Kopfdaten. Die bleibt da. Denkst du? Ich hab genug, mein Freund. Ich hab genug, mein Freund. Hier gibt's Doppel-Items, ne? Das... Das... Das alles schön da wurde, ist. Als ob, der Pomorak fliegt doch nicht mehr so weit. Volle Konstantation, jeder still. Ja, ey, ich muss hier... Ich muss hier endlich mal meinen ersten Platz verteidigen. Muss so ein bisschen Dominanz zeigen. Ja, und ich muss versuchen... Ach, ja, und... Ja, ja. Du musst versuchen runterzufliegen, ne? Musst du mal ein bisschen hier auch zeigen, was ich drauf hab, ne? Wer hat die gerade... Ich hab grüne nach hinten geschossen. Ja, hab ich gemerkt. Das war von dem Roten vorhin. Ach so, holy. Ah ja. Stern, jetzt komm ich. Aber jetzt, äh, bremst meine Switch kaum noch, weil jetzt läuft die richtig flüssig. Das ist doch gut. Ja. Oh Gott. Komm schon, lass mich jetzt einfach safe den ersten... Machen schön drei Runden durch. Erster, das wär... Einfach mal ein Traum. Das wär ein Träumchen. Nö, mach jetzt mal keinen Unsinn. Ich hab gesagt, jetzt mach jetzt mal keinen... Ah ja, das ist schön. Genau so soll eine Runde ablaufen. Einfach von Runde eins beginn an auf den ersten Platz und dann durch. Okay, geh, du darfst dein Mikrofon wieder einen Millimeter nach hinten schieben. Entschuldigung. Das ist, äh... Die Euphorie, die aus dem Sprichern wird ein bisschen lauter und dann... Der Silberpokal, damit kann ich mich gegen Löhr eindeutig zufrieden schätzen. Und ich hab ein bisschen Dominanz gegen, äh, Scar gezeigt. Ja, das reicht mir auch, wenn ich mir einfach mal hier... Zeig, ne? Der, äh, Hosen ab hat. Pass auf, was zu sagen. Ah, komm. Ich tu dich nicht mehr. Äh, ich muss mal kurz weg. Warum? Weil ich muss mal den Vater... Also, nee. Ich muss... Also, du musst kurz weg. Okay. Ja. Bis gleich. Bis dann. Ciao. Tschüss. Äh, und nun? Ja, weiß ich nicht. Äh, er ist ja noch drin. Fahren wir trotzdem, oder? Jody will auf jeden Fall. Ich glaub, der fliegt auf jeden Fall dann automatisch raus, wenn du jetzt startest. Und er eine Zeit lang keine Tasteneingabe macht, ist das wie bei Smash. Du fliegst dann halt einfach raus. Ah, okay. Dann kann er halt einfach nach... Dann kann er irgendwann nachjohnen, wenn er wieder da ist. Okay. Das ist halt so wie bei jedem Online-Spiel. Wenn du nichts drückst, stehst du da die ersten 30 Sekunden und dann fliegst du raus. Na dann. Oh, jetzt mit Komms schwierig. Jetzt geht's los. So. Was könnten wir finden? Ich nehme jetzt die Map mit der absolut besten Musik, die es einfach in diesem Spiel gibt. Die beste Musik? Na, hier Heimwool, ja? Ja, ich liebe die Musik. Oh, da kommt er schon. Da kommt er schon. So, bin da. Da ist er wieder. Äh, kam es her. Ludwig, das hätten wir ihn. Wer hämmert es auf seinen Tasten? Das bin ich. Ja. Ich schreib doch... Der einzige, der hier mit dem Computer sitzt. Genau. Ich schreib... Ich schreib halt noch mit der Jolti nebenbei in Discord. Ach, ihr seid das. Soll kann man nachgucken. Baby. Oh, wir hatten da Husten. Ich ein bisschen. Beim Husten bitte mal vom Mikrofon weg. Ja, ich versuch's. Ich hab grad extra meine Hand vorgehalten. Okay. Jetzt hab ich den Start nicht hinbekommen. Ich hab mich grad gefragt, fünf Leute, aber... Was denn hier kommst du aber? Also, okay, Rosalina geht hier echt auf den Sack. Ich bin ganz nah hinter dir. Noah. Jolti hoch. Oh! Oh Gott, oh Gott, Hilfe! Erster! Ey! Blöder Computer! Na, hallo? Rosalina, wie geht los? Rosalina geht mir echt auf den Sack. Mach den Computer Schwierigkeiten. Ja, ich spür auch manchmal, wenn ich alleine so spüre, spür ich 200, komm auch schwierig. Und manchmal schaff ich dann noch mal viermal den ersten. Nur wenn ich mal Glück habe. Und jetzt hab ich mich grad selber genadet. Ich hab's gesehen, ne? Danke sehr. Oh. Was sollst du grad sagen, ne? Wolltest du grad irgendwie was äußern? Oder... Du warst grad irgendwie dabei, was zu sagen. Aber irgendwie ist da, glaub ich, grad was passiert, ne? Schlechtes Verbindung. Was ist los? Was ist los? Peace! Peace, Mann! Frieden! Frieden und Liebe auf der Welt. Genau. Wir haben aber ganz schön weiten Abstand zulande für drei. Genau, soll halt auch sein. Schön mal weg. Okay, ey, wo bleibt ein König gesucht? Ich seh nichts. Ich seh, wie da warst du euch da grad noch erknitzelst. Okay, du fährst gegen den Baum. Also hast du auch nichts gesehen. Weißt du was? Bin trotzdem mal vor dir, du. Da machst du nix, ne? Ich wollte einfach Dominanz sagen. Ich wollte dir einfach zeigen, guck mal, ich kann eine halbe Stunde warten und bist trotzdem nicht vor mir. Hey, Joel, die Vierter, schön. Alter, so, das ist gut. Steigerung. Ja. So, ich hab meine schon. Große Drachmauer, auch eine super tolle Map. Eine sehr schöne Map, ja. Äh, jetzt sag ich den besten Satz der ganzen Welt. Das wäre? Aha. Oh. Okay. In Partysstraße hab ich auch nix einzuwenden, ist auch eine schöne Map, aber Drachmauer ist einfach. Wie findet ihr eigentlich mal das eigene Mie von Eggman? Mega? Ich kenne, ich weiß nicht, wie der, ich weiß nicht, wie der aussieht, deswegen. Also ich, ich mag Sonic persönlich nicht. Ich auch nicht. Und deswegen, ich, äh, ich finde das immer, deswegen, ich kenne mich da überhaupt null aus. Ich weiß zwar, ich kenne Dr. Eggman, so ist der einzige, den ich kenne. Ich weiß auch, wie, ich weiß auch, wie Sonic, Shadow, Silver, Knuckles und so aussehen etc., aber wenn ich damit auskennen tue ich mich nicht. Was machen wir hier vorne? Erster, komm, links. Ja, und er. Ah! Hab ich dich gerade in Schwenken gebracht, Flüge? Nö. Nö. Oh, komm, kannst du ruhig sagen, von den Zuschauern. Oh Gott. Ich will es ja nur spannend gestalten, also. Wenn die ganze Zeit da vorne ist, ist das ja auch irgendwie langweilig, ne? Eben. Man muss ja auch ein bisschen was von den hinteren rein zeigen. Genau. Sonst aber nicht das ganze Match. Ihr wollt ja auch nur damit, ich damit ich wieder nach hinten komme, oder? Oh Gott, ich muss doch mal bremsen mal ein bisschen. Bitte, Dirty. Ach Gott, Laura. Nein, Laura, du kriegst mich nicht. Ich hab gesehen, dass du einen Roten hattest. Oh! Ich hatte keine Bombe. Nee, das war die Jolti. Loa ist anfällig gegen Bomben, aber immer. Das stimmt, das ist sehr effektiv, wie bei Pokémon. Okay, die Welt läuft heute mal nicht so gut. Ach, hier lag auch eine Bombe, ist ja hitzend. Ja, die kam von mir. Nee, nee. Jetzt hab ich Loa geholfen, dann deswegen auch. Und dann wieder. Wer hat mir jetzt gerade mein Atom gestohlen? Wahrscheinlich ein Bot. Ja, war sehr wahrscheinlich. Komm, hier auf dem ersten. Auf dem Anni-Musik ist so dumm jetzt, wenn man so klein ist. Nein, 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 wie konntest du mich obtreffen? Ich hatte... ja. Nein. Was ist das? Jolti! Nein! Die Jolti, ey. Nein! Wie geil, ey. Voll runtergehüpft, ey. Nee, du hast von mir einen Turbo genommen und dann hab ich dich runtergeschmissen. Ich hab einen Turbo gekriegt? Ja, von mir. Ich hab dich runtergeschmissen. Ah, okay. Aber ich würde dir eigentlich Kino noch helfen. Hm. Mensch, Löw, was hast du mit diesem Bowsers Castle? Das hat seinen Grundworn, dass niemand spielen will. Was cool ist. Das sind so viele Sachen. Da ist so ein Bowser die ganze Zeit auf den Boden haut, so eine Keule, die mich immer trifft, so eine Feuerkreise. Das sind so viele Sachen, die man ausweichen muss, das kann ich nicht. Das hättest du nicht sagen dürfen. Ja, bei meinem Glück kommt das eh nicht an. Na doch. Das war ein bisschen Hoffnung. Also Brusterskerste mag ich eigentlich ganz schön. Die strecke ist auch manchmal ein bisschen verwirrend, aber sonst mag ich... Wie findest du eigentlich mein Auto, Floor? Schön. Kann ich irgendwo her. Muss grad überlegen. Irgendwo hab ich das schon mal gesehen. Ich auch. Weiß noch nicht mehr wo. Ja, geil. Geil, Fehlstart. Jawohl. Startig. Neunter, optimaler Platz. Geil, Fehlstart. Geil, Fehlstart. Geil, Fehlstart. Ja. Ja. Da stimmt noch gegen eine Watt. Wie schätzt du mich eigentlich ein mit Alter nach bei der... Was? Mit Alter? Ja. Zwischzehn. Ne. Ihn. Schon mal weit weg. Okay, du. Mit dem Alter. Älter oder jünger? Jünger. Dein Ersten. Zwölf. 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 Und? Könnte man nicht merken, oder? Oh, doch. Oh, doch. Das hat immer seine Gründe, warum man Leute älter schätzt. Das ist immer so... Einfach aus Höflichkeit meistens. Oh Gott, da träge ich die Faust. Ja, ich auch. Ja, aber Keno hat mich auch gar nicht. Ja, man kann da so durchglitschen, wenn der... Ich weiß auch nicht mehr warum. Man wird... Also, man wird nicht mehr davon getroffen. Ähm, Keno, ich lass dich nach vorne, wenn ich darf. Ach, ich krieg jetzt ne Hupe. Schade. Nein! Beide runtergefallen. Wo ist denn Loha? Ich komm schon noch. Ach, nee, er ist doch schon erst. Da ist ja der Leve-Shakei. Oh, wer schießt? Ja, ehrlich jetzt. Nee, ich bin ein... Ja, hier wird Blut für Blut gezahlt, ja. Na, only so... Äh, ein Charakter nimmt jeder in dasselbe Auto und dann... Ja. Auch gar kein... Ja, bei mir läuft... Bei mir läuft das gar nicht. Bei mir läuft das gerade auch gar nicht so scherz. Ja. Na, ich wurde ja ein bisschen aufgehalten hier. Ach nein, das ist blauer. Blauer. Das ist so knapp. Das ist so sehr. Oh, Jody, kürzt wieder ab. Jody. Ich mach dir wieder raus mehr, fall über die komplette Map, und nicht da, wo ich langfahren soll. Und aufgeholt. Blö, was du... Lol, das war richtig als Foto-Finish. Du warst einfach so ganz genau neben mir, das war so... ne Shy Guy-Nasen-Spitze. War doch cool. Ey, der hat doch nicht mal ne Nase. Ach. Das ist der Witz. Ja, super. Na super. Äh, ich sehe mich da. Juhu. Käseland. Käseland ist ein super-net. Ein wilder Witzweg. Ist auch ein schöner Map, tatsächlich. Ich bin mit Joyty ganz nah, nur einen Punkt sind wir entfernt. Ich sag mal so, du hast gerade eben gesagt, wir fahren jetzt erstmal ohne Kommst, um zu gucken, wer besser ist, dass du jetzt einfach hier nur so mitkommst für größeres Glücksspiel, das heißt, hier die Sieger, die sagen gar nichts aus, über meine Qualitäten als Mario Rollkarte, Rennfahrer, das ist, das darf nicht mit in die Wertung einbezogen werden. Aber bin ich eigentlich so, bin ich eigentlich immer ein guter Fahrer, weil manche sagen, bin ich schlecht, aber, ne Ahnung, ich seh die, ich ja nur ab und zu, wenn ich dich überhole oder kurz hinter dir bin, das ist richtig, Akko. Natürlich nur meistens, wenn ich dich überhole, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Oder wenn ich dich überhole, hab ich, hab ich jetzt nix von gehört, du, also da hab ich jetzt nur kurz blaue Haare gesehen, aber auch nicht, du, da muss ich dann aber auch ganz dringend los, bei ihm können wir kurz den ersten Platz für ein paar Sekunden halten, danke. Ich weiß nicht, wie viele Münzen hast du. Alter, Jolti hat mich überfahren, aber ich hab nur eine, Scheiße. Siehste, ich hab vier. Oh Gott, Hilfe. Oh, Jolti hat uns jetzt alle überholt, okay. Oh, Jolti hat uns jetzt alle überholt, okay. Wer hat gerade den Geist bei sich gehabt? Ich nicht, ich hab einen roten, wow. Oh Gott, ich seh doch alle da aufgehört, ich mag dich nicht. Du magst mich nicht. D-Abo, bloß nicht, ey. D-Abo guck nie wieder deine Videos. Guck mal hinter dir. Keine Lust, dann baust du Fehler. Ach man. Ja, dann komm ich mal nicht hinter dir, sondern vor dir. Ich will jetzt nicht den Grammatik-Nörgler machen, aber es heißt dich. Man, ich hatte gerade so schöne Items, ich hätte nur in die richtige Range kommen müssen. Und jedes Mal will ich mir ein paar Münzen aufmachen und krieg ich einen aufs Fressbrett. Ist so gemein. Warte kurz, pflanzen. Ich muss kurz spielen. Jetzt, jetzt hab ich ne Chance. Jetzt, jetzt hol ich auf. Mit den Pilzen. Jungs. Ich muss noch kurz weg. Ich krieg mein Pfad nicht bei einem, ich habe ganz viel. Alles klar, mach hin. Kapps, glaub ich, jetzt eh vorbei. Wie gesagt, wir haben gerade eben schon gekleidet, wer der Bessere ist. Ja, ja, genau. Im Rennen ohne Komms. Auf jeden Fall. Das ist jetzt hier nur ein Spaßspiel, das wird hier jetzt nicht ganz genau in die Wertung einbezogen. Nicht wirklich, hier wird mir auch vom Computer abgeschossen. Das zählt, ne? Ich sag mal so, das war jetzt auch nur mal die hinteren Reihen anzugucken, wie die so spielen. Genau, genau. Schaut mir jetzt wieder die vorderen Reihen an. So, so macht man das hier. So, das war's beim... Malere Kart, äh, Deluxe auf Nintendo Switch mit... ...Ska und, äh... ...Kenu und Jolti. Danke fürs Zuschauen. Vergesst keinen Daumen hoch und, äh... ...und ein Abo. Dann sehen wir uns auf dem nächsten Mal wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Also, auf Wiedersehen. Heej. arriveder夫.